Vorbei ist Klaus Krämer, der Co-Trainer der SGL, der heute den verhinderten Niklas Wagner vertreten hatte. Klaus, woran lagst du, dass ihr heute nicht die Punkte mitgenommen habt? Ihr habt eigentlich ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Es ist kurz erklärt, wir haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt, die Torchancen, die wir uns erspielt haben. Und hinten halt dann Zerf, die haben ihre Chancen eiskalt genutzt, die sie hatten, wo wir dann auch etwas zu einfach zugelassen haben. Und dadurch gehen wir dann halt auch 2-0 in die Halbzeit mit Rückstand. Ja und die zweite Halbzeit, da wolltet ihr es noch einmal wissen, aber es sollte nicht sein heute, oder? Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir wieder noch einmal alles probiert und haben dagegen gehalten und gut gespielt. Viele Torchancen uns erarbeitet. Aus meinem Gefühl her auch ein Tor geschossen, was dann leider nicht gegeben wurde nach einem Eckball, wo wir gedacht haben, der Ball war drin. Aber nichts zu trotz, im Endeffekt haben wir dann auch alles nach vorne geworfen und Zerf hat uns dann halt nochmal zweimal zum Schuss ausgekontert. Das Ergebnis war aber meiner Meinung nach viel zu hoch. Ja richtig, also wir sind auch der Meinung, mit dieser Leistung werdet ihr mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben. Irgendwann wird das Glück auch bei euch zurückkommen. Vielen Dank, Klaus. Okay, danke.